So, gucken wir erstmal außen rum, vielleicht durchs Fenster oder so. Nein, geht natürlich nicht. Ach, hier, okay, hier. Das ist ja wirklich einfach nur gechillt, ne? Du warst allein. Hätte ich vielleicht was anderes sagen können oder so? Dass Niki nicht erschossen hätte oder sowas? Ach, Mensch. Hm. Kacke. Schätzungsweise schon, ne? Survival Knife, gleich mitnehmen. WM. Oh, yeah. Ne. What? Das ist kaum unerwartet. Sonst haben wir hier nichts, nichts Neues, ne. Scheint wieder zu gehen, vielleicht ist bei mir das Netz überlastet. Ja, das könntest du haben, theoretisch. Weißt du, ein Anbieter hast du? So. Und was für eine Leitung in sich hast du überhaupt? Man. Not that we had a bed. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. He was trying to help us. Yeah, and someone died. I ain't no judge, but that's straight up murder in my book. I mean, you ever know anyone to do a thing like that? I don't want to talk about it. Telekom 60K Leitung. She looks just like you. Hey, Clem. There's not a lot of food here. And Rebecca. Well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. But I've got to put Beck and the baby first. You understand, right? I won't lie for you. I'm sorry. I shouldn't have put you in that position. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. Oh, huh? The hell is that? Die normalerweise auch vorkommt, aber manchmal hängt es ja ein bisschen. Ja. Das ist ja bei jeder Internetleitung, dass das hängt, ne? Ja, we saw it. Alright, we're heading up. Und da es ja mit 720p60fps streamen könnte es halt sein, dass es in den Momenten dann, wo es hängt, halt einfach nicht, äh, ja, ne? Einfach ein bisschen doof ist. Well, what are we waiting for? We have to be careful. What are you waiting for? We've been on the road for five days. My back is done being careful. It doesn't look like anybody's home. We have to be careful. Damn. Nailed down tight. I had a treehouse once. Well, there you go. I hated it. Oh. Was? Warum? Warum? Baumhäuser sind doch so pie. Oh. Ich hatte auch mal eins. Mann. Unfair. Ich will auch eins haben, Bjarne. Beziehungsweise jetzt, nicht mehr unbedingt, aber damals wollte ich eins haben. Beziehungsweise jetzt, nur noch ein paar Sekunden, okay? Got your grip? I know I'm fine. Just trying to help. Oh. 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 Okay. Okay, fangen wir links an. Gehen wir von links nach rechts. Oh, wie weit runter geht das hier denn? Okay, hier sind zwei Sachen. Oh, ha! Äh, standen die sich da gerade mit? Ja, ja, ich glaube, ne? Sehe ich das richtig? Ja, Kenny! Nein, warte, was? Ist das... Oder, hä, was? Irre ich mich gerade oder ist das wirklich Kenny? What? Wie? Listen, everyone, just stay calm. Who are you? Are you trying to rob us? Excuse me, honey, but do I look like a fucking thief? Everyone calm down. Hey, man, you calm the fuck down. Sarah, get behind me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, man. Fuck that! Whoa, 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 whoa. Please, just do what he says. Kenny! Wait, you know this guy? Clementine? I'll take that as a yes. These people with you? We can talk inside. Kenny live. What? Oh, Gänsehaut, Leute. Litzgefühle. Kenny lebt noch. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Es wurde ja auch in der ersten Episode der Season nie wirklich erklärt, yo, ist er jetzt tot oder nicht. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guest here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clem? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around, man. We're cool, okay? Hey. Hey, we're cool. We're cool. They're cool. Dad, look! A Christmas tree! What now, Sarah? Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Good. If you'll all follow me, I'll show you where you can sleep. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler gewesen. Ich werde mir überlegen, ob ich jetzt sage, ja, sie sind cool oder ich kann nicht für jeden sprechen. Wir sollten Kenny von den Lichtern erzählen, die wir gesehen haben. still wearing this dirty old thing, huh? Ich habe ihn getötet. Was? Es war meine Schuld. Oh, Darlene, nicht so sagen. Ich weiß, dass das nicht wahr ist. Er hat eine Wahl gemacht. Gleich wie die anderen uns. Lee und ich hatten unsere Unterschiede, das ist sicher. Aber... Wenn mein sonn... Er hat ihn geholfen. Ich werde das nie vergessen. Also, wo warst du? Ich war mit Krista und Omid. Omid... Well... Krista und ich waren zusammen für ein paar Mal. Aber diese Leute haben uns geholfen. Sie ist weg. Sounds like es nicht einfach für dich. Entschuldigung, Darlene. Ich wünschte, Darlene. Aber alles wird gut sein. Krista sagte mir, du warst. Ich bin. Das ist alles ein Traum. Sorry. Schade. Schade. Ich versuchte, ich versuchte den ganzen Schiffen. Dann wurde es in eine verdammte Karte. Ich konnte nicht helfen. Aber ich bin. 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 Der erste Kurs, Madame? Es sieht gut. Es sieht wie viel. Nein, es sieht nicht. Als Artikel, es ist nichts mehr als ein Freundlicher Kritik. Huh. Eine sehr schöne Resemblanz. Anyway, ich nehme es von hier. Nein.